...hoch gehalten. Haben Sie das schon gesehen, dass hier lauter Pferde sind? Wie heißt du noch mal? Wie heißt der? Da könnten wir doch mal was vom Pferd erzählen, Herr Graf. Hier sind noch mehr. Wollen wir nicht mal was vom Pferd erzählen? Ja. Vom Pferd, da guckt ein. Hinter mir sieht man es da, sitzt eins fast auf meiner Schulter. Ja, und was ist damit? Was hat das für eine Bewandtnis? Ja, wir sind ja hier auf Ihrem Gestüt im Winter, muss auch mal nach dem Gutdünken, mal nach dem Rechten geguckt werden. Ich komme da gelegentlich mit und darf mit, erfreulicherweise. Und jetzt haben wir mal nach den Pferden geguckt. Die Pferde sind recht fröhlich, für meine Begriffe, weil jetzt nämlich keine Fliegen auf dem Rüben sitzen. Ah, das ist das. Die lieben ja diese Jahreszeit, weil Fliegen sind weg und das ist für die paradiesisch. Und die haben ja ihr Winterfell und kriegen Moorrüben von uns. Und jetzt stehen sie da und gucken. Im Gegensatz zu uns, wir sind leider eingeschneit. Wir müssen uns mit Schneeflügen hier raus machen. Ja, ja, die haben jetzt schon zwei Schalen Moorrüben gefressen können. Und jetzt Schnee zum Nachtisch. Eis. Schau mal, was der Onkel da hat. So, dann gebe ich wieder zurück an die angeschlossenen Sendeanstalten. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.